hallo ich möchte euch ein kurzes update geben denn wir haben wieder erwarten noch mal eine sowie lieferung bekommen die ich im februar nachbestellt habe ist diese woche angekommen aber wir freuen uns denn ihr könnt noch mal zwei sehr schöne modelle so als kleines urlaubsprojekt machen und zwar einmal unser mona jäckchen das ist immer so mein lieblingsjäckchen den rock kennt ihr wahrscheinlich schon aus den videos über über rücke und kleider aus dieser schönen sowie das ist diese leinen also 60 baumwolle 40 prozent leinen mischung hier seht ihr sie in der anderen farbe in dem amarola sieht aber auch ist auch in weiß sehr schön in den naturtönen also das ist wirklich so ein schönes jäckchen dass man sich so über alles drüber werfen kann ihr braucht vier knäuel für die kleineren größen und fünf für die größere und es ist natürlich auch beliebtes dann für unseren schönen leila pulli entweder in kurz oder in langarmversion den haben auch viele aus der soul gestrickt die passt nämlich perfekt in der waschenprobe und ja also eure lieblingsfarben nämlich das morganit ist doch noch mal angekommen viele von euch haben angerufen und ich habe gesagt es wird nichts mehr und vorgestern kam sie dann doch noch an also morganit ist wieder da dann die ganzen schönen hellgrau des taro ist da dann endlich ist auch white pepper gekommen dieser schöne naturton dann weiß ist wieder da ist dieses schöne hochrot telltale auch eine super farbe für den pulli dann selgrie war auch lang aus dieser hellere grauton und natürlich die ganzen schönen wasserfarben aquamarine ist wieder da dann super schön ist auch arktik blue dieses schöne hellblau und wer es ein bisschen kräftiger möchte lagun ist auch wieder da also wird sich alles super eignen für die leila da braucht ihr moment ich guck noch mal für die menge her nach aber ihr findet es auch bei dem garn ihr braucht für die kurzarm variante in größe s 4 knäuel in ml xl 5 und in der langarm variante in der kleinen sm und l5 und in der xl 6 knäuel gestrickt gestrickt jetzt mit einer 3 5er nadel also wäre noch ein sehr schönes urlaubsprojekt wo ihr im liegestuhl gemütlich stricken könnt also ist wieder da die anleitung bekommt ihr natürlich wie immer kostenlos dazu braucht ihr nur dazu schreiben also strickt euch noch was schönes